Aloha! Andres ist aufgewacht. Wo sind wir Andres? Und zwar vor dem Moncook. Selber auf dem Moncook kann man nicht auf. Entweder man bucht sich so eine arschteure Helikoptertour wieder oder man ist so ein übelster Pro mit Ausrüstung und bla bla bla. Das sind wir dann natürlich nicht. Bestes Wetter natürlich heute. Diesmal war nicht irumisch gemeint. Alle hier schön im T-Shirt und kurzer Hose, ne? Burger! Es ist gleich so schade, dass wir nicht aufkommen, finde ich hier zum Beispiel. Alleine hier kann man eigentlich ganz gut abschneiden, was wir eigentlich auf einer Stunde eigentlich machen. Dass man den Unverkämmer sieht. Ah, wo werden wir denn gleich noch hinsteppen? Zum Gletscher. Nice! Aua! Ich kann überhaupt nichts sehen. Ja, aber ich mach grad ein Interview mit dir. Ja, okay. Zu welchem Gletscher? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der heißt. Tasman Glacier. Mann! Richtig! Burger! Alter! Hier sehen wir das Duell. Okay. So. Das ist alles jetzt zum Maumguck. Wir melden uns dann nochmal später. Ne Andres? Top! Duell.